Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Der kleine Medikus Video. In diesem Video soll es um Herdenimmunität gehen. Dafür möchte ich euch ein bisschen erklären, was eigentlich Immunität ist und wie man immun wird. Und um was für eine Herde geht es dabei jetzt eigentlich? Beginnen wir mit der Immunität. Was bedeutet es, immun zu sein? Immun zu sein gegen eine Infektionskrankheit bedeutet, dass dieser Erreger einem nichts mehr anhaben kann. Wir Menschen, beziehungsweise die Superhelden unseres Immunsystems, dabei handelt es sich unter anderem um verschiedene Zellen, die zum Beispiel auf deinen Schleimhäuten und im Blut sind, können nicht gegen alle Erreger eine Immunität entwickeln, aber gegen manche geht das. Im Zuge einer ersten Infektion lernt unser Immunsystem den neuen Erreger kennen und entwickelt Strategien und Tricks, um mit dem Erreger umzugehen. Wenn wir diese Infektionskrankheit durchgemacht haben, also genesen sind, hat unser Immunsystem den Erreger so gut kennengelernt, dass die Superhelden ihre besten Abwehrtricks ausgepackt haben und auf den Erreger angepasst haben. Und wenn wir dann das nächste Mal mit dem Gegner, also dem Erreger, in Kontakt kommen, geht es ganz schnell und unser Immunsystem legt den Erreger direkt lahm. Jeder Erreger hat dabei sowas wie einen eigenen Fingerabdruck oder wie ein Dieb, der immer dieselben Klamotten trägt. So erkennt unser Immunsystem diesen Erreger, solange dieser nicht mutiert, also sich neue Klamotten zulegt und kann ihn, nachdem er einmal erkrankt ist und in diesem Zuge spezielle Abwehrtricks entwickelt hat, schneller bekämpfen. Die Superhelden des Immunsystems müssen dann nur ihren Plan aus der Schublade holen und dann wird die Ausbreitung des Erregers im Körper direkt verhindert. Eine andere, ziemlich clevere Möglichkeit, immun zu werden, ist die Impfung. Gegen viele Infektionserkrankungen, an denen früher teilweise noch viele Leute gestorben sind oder schwere Verläufe mit bleibenden Schäden hatten, können wir heute impfen. So sorgen wir dafür, dass Menschen, die durch diese Krankheiten gefährdet wären, oft sind das zum Beispiel Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, weil sie andere Erkrankungen haben oder zum Beispiel Schwangere oder Neugeborene, geschützt werden. Es gibt aktive und passive Impfungen. Mit einer aktiven Impfung geben wir entweder abgeschwächte Erreger oder nur Teile des Erregers, von denen wir nicht krank werden. Unser Immunsystem findet so selber passende Tricks, um sich gegen den Eindringling zu wehren. Mit einer passiven Impfung kopieren wir im Prinzip die Abwehrtricks. Das bedeutet, wir geben direkt die Abwehrtricks mit der Impfung. Bestimmt wurdest du schon mal von deinem Kinderarzt oder deiner Kinderärztin geimpft. Der Pieks ist natürlich ein bisschen fies, aber dafür bist du dann gut gegen die mitunter gefährlichen Erreger gewappnet. Kommen wir zur Herdenimmunität. Herdenimmunität bezieht sich, wie das Wort schon andeutet, nicht auf den Einzelnen, sondern auf die ganze Herde, also eine ganze Gesellschaft, also zum Beispiel ganz Deutschland. Man spricht von einer bestehenden Herdenimmunität, wenn sich eine Infektionskrankheit nicht so stark ausbreiten kann. Herdenimmunität bedeutet, dass so viele Menschen innerhalb der Gesellschaft immun sind, weil sie entweder geimpft sind oder die Infektion durchgemacht haben, dass wenn ein Nichtimmuner erkrankt, der Erreger Probleme hat, weitere Nichtimmune zu finden. So kann sich der Erreger nur ganz langsam ausbreiten. Dabei kommt es natürlich darauf an, wie ansteckend der Erreger ist und wie viele Menschen in einer Gesellschaft immun sind. Nehmen wir zum Beispiel die Masern. Die Masern sind sehr ansteckend. Im Durchschnitt steckt ein Masernkranker 20 weitere Menschen an. Wenn diese Menschen alle weder geimpft sind noch immun sind, werden sie alle krank. Und die können dann jeder theoretisch wieder 20 weitere anstecken. Und wenn ganz viele Leute erkranken, gibt es immer ein paar Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, also zum Beispiel Neugeborene oder Menschen mit Krankheiten, bei denen das Immunsystem kaputt ist oder durch Medikamente, die sie nehmen müssen, nicht mehr so gut funktioniert oder Menschen, die einfach Pech haben und bei denen die Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt. Gegen Masern können wir aber impfen. Damit ersparen wir uns selbst die Krankheit und die potenziell schweren Verläufe und wir schützen die Neugeborenen und chronisch Kranken. Wenn also von diesen potenziell 20 Personen, die von einer einzigen Masernkrankenperson angesteckt werden könnten, nur 19 geimpft sind, könnte der Erkrankte entsprechend nur eine weitere Person anstecken. Die Infektion breitet sich dann kaum aus. Es besteht eine Herdenimmunität. Wenn sich aber von den 20 Leuten nur noch 5 impfen lassen und nicht alle anderen, die Masern bekommen haben, also immun sind, besteht keine Herdenimmunität mehr und die Infektion kann sich extrem schnell und unkontrolliert ausbreiten. Kommen wir wieder zum Coronavirus. Bei der Erkrankung, die durch das aktuelle Coronavirus ausgelöst wird, also Covid-19, geht man davon aus, dass man nach einer durchgemachten Infektion immun ist, also nicht noch einmal erkranken kann. Nun ist es aber so, dass unser Immunsystem das Virus ja noch gar nicht kennt, weil es ja erst vor kurzer Zeit vom Tier auf den Menschen übergegangen ist. Und wir Menschen konnten daher noch keine Immunität, also noch keine Supertricks entwickeln. Es sind inzwischen natürlich auf der ganzen Welt schon viele Menschen daran erkrankt und teilweise genesen und dementsprechend immun, aber auf die ganze Bevölkerung gesehen gab es noch nicht so viele Infektionen, dass schon eine Herdenimmunität bestünde. Und weil das Virus auch für die Forscher noch ganz neu ist, gibt es auch noch keine Impfung. So einen Impfstoff zu entwickeln ist ziemlich kompliziert, aber es arbeiten gerade viele Labore auf Hochtouren, um das so schnell wie möglich zu schaffen. Beim Ausbruch der Covid-19-Pandemie sah man, dass ein Erkrankter, ohne dass wir da schon irgendwelche Maßnahmen getroffen hätten, in etwa drei andere Menschen ansteckte. Herdenimmunität bestünde auch hier wieder, wenn ein Erkrankter nur noch einen anderen nicht immun anstecken könnte, also wenn zwei Drittel der Gesellschaft immun sind. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Seit der Schließung der Schulen und der Kindergärten und der starken Einschränkung der sozialen Kontakte ist die Zahl derer, die ein Erkrankter in Deutschland ansteckt, schon deutlich heruntergegangen. Im Moment steckt ein Erkrankter bei uns im Schnitt nur noch eine weitere Person an. Aber das liegt eben momentan daran, dass wir alle zu Hause bleiben und nicht daran, dass eine Herdenimmunität besteht. Wir müssen uns daher wohl oder übel noch ein bisschen gedulden, bis entweder zwei Drittel der Bevölkerung immun sind oder bis es einen Impfstoff gibt. Ihr seht schon, dass das Thema ziemlich kompliziert ist. Und das Problem bei solchen modellhaften Berechnungen ist meistens, dass es im echten Leben ganz viele verschiedene Faktoren gibt, die einen Einfluss auf alles Mögliche haben und wir das im Vorhinein manchmal nicht so gut verstehen, beziehungsweise uns über manche Faktoren, die vielleicht eigentlich eine wichtige Rolle spielen, nicht im Klaren sind. Das ist ein bisschen so, wie wenn du dir vorstellst, eine Blume zu malen und vorher denkst, eine gute Vorstellung davon zu haben und dann malst du sie und es wird doch ganz anders. Weil dich vielleicht auf einmal dein Geschwisterkind abgelenkt hat oder du dann doch nicht die passenden Stifte hattest oder vielleicht doch eigentlich nicht so genau wusstest, wie die Blume, die du malen wolltest, eigentlich aussieht. Das war es zu dem komplizierten Thema Herdenimmunität. Ich hoffe, das Ganze ist ein bisschen verständlicher geworden. Tschüss und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020